Herzlich Willkommen eure Freunde zurück zu One Piece Ultimate World Red, World Ultimate Red, Red, Deluxe, irgendwie so, sorry mit Namen war ich noch nie so krass und im letzten Part haben wir gegen Crocodile gekämpft in diesem Part, keine Ahnung, wir sind wieder in der Stadt und alles scheint beim Alten zu sein, wenn wir sie nicht bald finden. Äh, ich muss euch etwas sagen. Hä? Hast du was gehört? Klingt irgendwie vertraut. Stimmt, du hast recht. Ich kenne dieses Geräusch, es ist die Pfeife des Sehzugs. Hä? Kommt da die alte Oma? Oh, ich bin gespannt, ob da jetzt die Oma gleich kommt. Erweitern, was kann ich denn erweitern? Taverne ist bereits eröffnet, okay. Okay, so. Ja, 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 du, ja, lass mich mal in Ruhe. Wir müssen, brich auf und suche nach deinen Freunden. Hat die nicht, ich hab doch jetzt diesen in den Sehzug gehört, oder nicht? Nee, das ist er nicht. Wir können mal auf die Karte gucken, die irgendwo ist. Wohin müssen wir mal? Achso, ist egal, wohin wir müssen. Äh, hier fliegt irgendwie ein R. R. Okay, tschüss Luftballon. Oder soll ich da auch? Warte, ich will probieren. Nee, ich glaube. Nee, egal. Egal, 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 egal. So, wie komme ich denn jetzt hier? Ich finde die Kamera immer noch ein bisschen ruckelig, also nicht ruckelig, sondern sehr, sehr schwer steuerbar. Äh, okay. Ich bin noch nie da oben, ne? Kann man da überhaupt hin? Das ist auch so eine Frage, oder kommt man da spät halt? So, komm, lass mich mal hier schneller wandern. Genau, wir müssen da hinten hin. So, super. Sehr gut gemacht. Dann gehen wir mal los. So, lege Itemwörter in deine Itempalette. Ja, das hatten wir ja schon, oder? Itemwörter einrichten, hier. Los geht's, los. Hä, hab ich das nicht gemacht? Ich meine, ich hätte das gemacht, wirklich. Ich hab das doch gemacht. Ich bin noch nicht verrückt. Ich bin noch nicht verrückt, Leute. Ich hab das gemacht. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Hm. Äh, wen nehme ich denn mit? Ich mag zwar Lysop nicht, aber ich würde ihn gerne mal ausprobieren, tatsächlich. Ich denke, das werde ich auch machen. Äh, hierhin. Ne, Teambearbeiten. Ich würde ganz gerne Lysop mal mitnehmen. Wir können die Teams ja immer noch wechseln, aber ich glaube, Lysop-Fernkämpfer ist, glaube ich, eher was für mich. Zumindest mal zum Ausprobieren. Geheimnisvolle Blätter. Äh. Shooter. Eternal Lobby. Oh, was war das denn nochmal? Okay, ich... Irgendmal eben hier. Okay. Und dann? Ah, so. So, so, so. Okay. Kann ich auch aufladen? Nee. Ich kann auch so... Ich kann auch normale hier verschießen. Okay. Cool. Und so kann ich so schießen. Okay. Und das geht halt so. Okay. Cool. Cool. Dann bin ich mal gespannt. Oh, das ist doch... Ja, dieser Ort vergisst man nicht. Das ist Ines Lobby. Auf der Suche nach Nico Wobben? Hey du, bist du nicht der Katzenboss von CP9? Das ist Traubentyp. Traubentyp. Ist schon ewig herrscht, Ruth. Weißt du, wo Robin ist? Ich habe es bestimmt schon erwähnt. Ich will diese Frau endgültig loswerden. Und wo ich schon dabei bin. Sie hat drei andere bei sich, die diese Welt nicht braucht. Drei Schwerter für nichts. Ja, 108 Begehren. Immer mit der Ruhe. Ich habe sie nicht getötet. Noch nicht. Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Hat er getötet gesagt? Okay. Warte, warte. Ich bin... Ich bin... Ich bin ja nicht so... Also. So geht's. Bitteschön. Okay, okay. Uhuhuhu. Äh, hallo. Ah, 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 ah. Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Oh Gott, ey. Wuhu, wuhu, wuhu. Ich weiß gar nicht, was ich da... Okay. Okay, Geld. Geld sammeln wir ein. Haben wir es geschafft? Ach komm, ich schieße es mal so. Ah, guck mal. Da kannst du auch was. Ah, ha. Okay, cool. Ähm, hab ich sonst noch irgendwas hier in Brasilien? Ne, ne? Ne, hab ich nicht. Okay. Ne, ich will da raus. Och, scheiße, ich will hier raus. Ah, B. B. B geht. So, hier gehen wir einmal durch. Okay, haben alles. Können wir auch da hochspringen? Oh, tatsächlich. Müssen wir ein bisschen genauer gucken. Weil hier ist zum Beispiel was. So. Und das hier sieht seltsam aus. Also, als ob man da irgendwie vorbei könnte. Okay, da geht's nicht her. Gehen wir mal hier jetzt hoch. Hier kommen wahrscheinlich jetzt nochmal Gegner, genau. So, bitteschön. Oh Gott. Ausweichen, abschießen. So, bitteschön hier. Für euch alle. Und das war... Ich will Janta grad verfolgen. Aha. Cool. Man kann auch den Hammer benutzen. Wenn's sein muss. Und jetzt bin ich gespannt. Boah. Ein Totenschädel. Okay. Peng, 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 peng. Oh. Hätte ausweichen müssen. So. Bitteschön. Also. So. Dann machen wir mal hier im Flug. Und dann das. Okay. So. Bitteschön. Perfekt. Perfekt. So. Das haben wir doch super gemacht, oder? Ich würd schon sagen. Ich würd schon sagen. Bam. Und bam. Wie? Da lebt noch jemand? So. Peng. Weg mit dir. Perfekt. Okay. Ich komm klar mit Lissop eigentlich. Der hat ganz cooles... Oh. Kann man den Bau kaputt machen? Tatsächlich. Oder? Ne. Vielleicht auch nicht. Dann. Wollen wir mal ins nächste Gebiet, ne? So. Wo sind die Gegner hier? Okay. Da. Oh. Da scheint er. Ich hab jetzt er gemacht, aber... Passiert ist nicht viel. So. Machen wir mal weiter. Meine... Machen wir so hier. Bitteschön. Aber ich... 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 Ich habe nicht so das Gefühl, dass das hier was bringen würde. Obwohl. Der... Der Phönix ist echt praktisch. Tatsächlich. Okay. Ach. Kriegt man die Sachen trotzdem? Alter. Wir warten mal, bis das Item da verschwindet. Ne. Die Items nicht, aber das Geld bekommt man. So. Dich nehme ich mir noch mit. Okay. Da war nichts drin. Da wahrscheinlich auch nicht. Geh mal hier hoch. So. Schießpulver. Okay. Da ist abgesperrt. Okay. Dann gehen wir hier weiter. Oh Gott. Wee. Ha ha ha. Und bam. Und hier. Oh Gott. Geht mal bitte ein bisschen weiter weg. Okay. So. Man läuft... Läuft doch ganz gut, oder? Also ich tue hier zwar immer nur die gleichen Tasten, aber... Wir können natürlich auch das hier probieren. Peng, peng. Lebt er da noch? Ne. Ne. Oh Gott. Ich will ja sagen, keine Wokugel. Cool. Okay. Und verfolgen. Bam. Ha ha. Super gemacht. Super gemacht. What the fuck war das denn jetzt hier? Da haben wir noch Blätter. Okay. Bekommen wir nicht. Macht nichts. Macht nichts. Das sieht hier echt interessant aus. Genau. Ist das hier was? Oh, ist das der Gegner? Oh. Da. Warte. Oh Gott. Äh. Äh. Hier. Hallo. Lass mich mal bitte. So. Bam. Perfekt. Oh Gott. Ich schicke ihn doch nicht zu mir. So. Bitteschön hier. Oh. Ausweich. Ich müsste ausweichen. So. War's das? Super. Gut gemacht. Ah ne. Da ist immer noch einer. Und verfolgen. Bam. Und. Nicht bam. Sehr gut. Sehr gut. Was haben wir hier? Hier haben wir natürlich irgendwas. Schießpulver wieder. Sie wollen Schießpulver herumliegen. Sind wir Bombenfässer Leute. Bisschen bunt. Oh schön. Der bunt ist echt schön. Ich hätte ganz gerne das Item. Danke. Ausweichen müssen. Ich hätte irgendwo ausweichen müssen. Habe ich auch gemacht. Ich bin voll. Hören wir uns die Items. Achso. Das war's ja schon. Ja. Ich bin voll. Ich bin tatsächlich voll. Wir haben eine Kanonenkugel. Okay. Damit können wir nichts anfangen. Ist das denn eine Sackgasse? Habe ich irgendeinen Weg übersehen? Warte. Wir sind hier hoch. Da geht's auch nicht lang. Guck mal eben in die Karte. Wir müssen irgendwo nach links. Hier geht's nach links irgendwo. Wo? Nee. Warte. Ich geh nochmal da. Gucken. Ich geh nochmal eben. Da nicht. Geht's hier weiter? Nee. Eigentlich nicht. Oder? Ach hier. Das Wort für diesen Ort ist weg. Besiege den Schwertkämpfer mit der Marni-Flagge. Entschuldigung, das Wort. Achso. Okay. Wir haben irgendwo einen Ort übersehen. Ich wüsste nicht ganz wo. Aber dann suchen wir mal eben hier. Ja. Also mit Lüshopp geht das Rollen viel, viel besser. Okay. So. Bitteschön. Ausweichen. Ausweichen. Ach. Ich konnte nicht ausweichen. Ist aber nicht allzu schlimm. Außer wenn der Große da auf mich. Äh. Hier. Bitteschön. Nimm mal das hier bitte. Oh 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 oh. Okay. Okay. Geh mal hier raus. Geh mal hier raus. Bitte schnell. So. Achso. Da sind die Gegner nicht mehr. Oh sorry. Muss das nicht. Muss das nicht. Oh Gott. Er will auf mich. Haha. Ausgewissen hier. Ottos. Bleib du mal bitte da hinten. Danke. So. Hier bitteschön. Nee nee. Du bleibst da. Sehr gut. Sehr gut. Oh Gott. Wir haben es. Wir haben es geschafft. Die Schatze. Aua. Ich konnte mich da nicht bewegen. Sorry. Oh Gott. Oh Gott. Ich hätte ausweichen müssen. Oh 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 oh. Oh 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 oh. So. Den hätten wir auf jeden Fall. Dann gehen wir nochmal in die Position hier rein. Und schießen einfach mal nach da hinten. Bam. Achso. Da ist keiner mehr. Okay. Dann hier noch. Super. Sehr gut gemacht. So. Falsche Seite oder was? Nee. Transformation. Okay. Wir haben es. Gehen wir wieder hoch. Sind wir wieder Gegner? Nee. Das ist nicht mehr sind hier keine Gegner. Haben wir alle platt gemacht. So. Dann wollen wir mal her. Wursch. Oh Gott. Ich gehe mal hier ein bisschen zurück. Und dann mache ich das hier. Bam. Bam 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 bam. So. Ich weiß nicht, ob das so viel bringt. Ich mache das großartig. Was anderes kann ich gegen Schilder nicht machen wollen. Wirklich nicht. So. Der ist weg. Okay. Haben wir geschafft. Super. Sehr gut gemacht. Leute. Sehr gut. Oh. Müssen wir runter. Hui. Oh. Ein Hüpfding. Sehr cool. Oh. Da war doch was. Ich wusste es. So. Bitteschön hier. Ihr seid doch keine Gegner für uns. Hier verfolgen. Bam. Weg mit dir. Dann hier. Wieso. Wieso konnte ich R drücken? Achso. Gehen wir. Okay. Dann hier. Hui. Links ist kaputt. Möchte ich trotzdem mal kurz gucken. Ist aber nichts. Und hier wird jetzt wahrscheinlich ein großer Platz sein. Ja. Ich gehe mal nach hier. Oh Gott. Ich hätte ausweichen müssen. So. Bam. Du kannst es mal wieder hinlegen. So. Achso. Er ist schon weg. Alles klar. Oh Gott. Er kommt. Er kommt zu nah. Raffi. Ist er weg? Ich glaube. Ich glaube schon. Ach. Das ist er. Hey. Oh. Der Fünste ist echt cool. Super. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Leute. Äh. Wir kamen von da. Ich glaube schon. Gehen wir kurz hier eben abschicken. Haben wir das? Ich dachte gerade hier wäre ein Kampf. Das sieht ja echt komisch aus. Die Perspektive. So. Oh Gott. Ping, ping. Wie? Ich wollte schon sagen. Hey. Die Kiste geht nicht. Kaputt. Das wäre ja was. Da geht es wahrscheinlich nicht weiter. Wir gehen aber mal eben hier. So. Krass. Okay. Da war auch nichts. Gehen wir hier hoch. Hier haben wir noch weiter Gegner. Super. Ich finde, wir sind ein sehr, sehr gutes Team, Leute. Überfällig. Ihr seid Nahkampf-Super und ich bin natürlich Fernkampf erprobt. Ich bin da auf ein Blablabla. Ja. Ich weiß. Habe ich vorhin schon kennenlernen dürfen. Achso. Da kommen irgendwie blaue Früchte runter. Oh. Oh Gott. Gehen wir nach rechts? Rechts ist aber nichts. Ah. Doch. Hier oben. Kann ich die Kam... Ach Mann. Ich kann die Kamera nicht sehen. Nee. Ich komme nicht da hoch. Okay. Dann kommen wir da nicht hoch. Ist nicht schlimm. Nächstes Gebiet. Du erinnerst, du erinnerst dich doch sicher, Stuhlholt. Der Ort, an dem du sie zum ersten Mal vor dem sicheren Tod gerettet hast. Ich beschloss Robin, um am Leben zu lassen. Die Person, die sie jetzt ist, würde ich niemals den Tod wünschen. Außerdem ist sie nicht schwach genug, um von jemandem wie dir... Das Böse kann in dieser Welt nicht gedeihen. Im Namen der dunklen Gerechtigkeit urteile ich über dich. Okay. Sehr interessant, auf jeden Fall. Wir machen einfach mal hier das hier. Wir spamen ein bisschen die Y-Taste. Du da... Oh Gott, ausweichen bitte. Super. Sari super reagiert, auf jeden Fall. Ja, hier. Du kannst jetzt mal schlafen gehen. Und ja. Ne? Rögt eigentlich super. Ich meine, mit Ruffy ist es ein bisschen lustiger zu kämpfen, tatsächlich. Und mit Zorro bin ich leider nicht ganz so gut, wie ich es sein würde... wäre. Oh Gott, Alter, schwer da, ey. Oh Gott. Ausweichen, 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 ausweichen. Geh mal bitte weg. äh, ausweichen, danke ausweichen oh, komm, komm, komm okay, okay, klappt müsste klappen ich sehe wieder was oh Gott, hinter mir ist jemand gespawnt äh, wieso kommen jetzt eigentlich alle hier hin zu mir das das verstehe ich nicht oh Gott, tatsächlich okay, ausweichen, ausweichen ausweichen, ausweichen ausweichen so äh, ich weiß auch nicht, ob äh, mein Phönix was bringen würde uhuhuhu oh ja, oh, tatsächlich tatsächlich hätte er was gebracht wär, wär ich schlau genug gewesen geht er auf mich? oh Gott, der geht auf mich geh mal bitte weg hier okay, okay, okay lass mich mal ganz, ganz kurz hier weg gehen und dann hier oh, perfekt oh, warte ich helfe dir, Ruffy Ruffy, ich helfe dir doch oder soll ich dir helfen? ich weiß nicht weil die ist ein größerer Gegner ok deswegen würde ich sagen ich helfe dir lieber äh, Ruffy ist fertig so, bitteschön super gut gemacht sehr gut gemacht Leute sehr gut ich dachte, diese dieser Lucy würde Ruffy und die anderen bestimmt töten es ist fast so als würdest du sie nur testen, Boss was ist los, Pato bist du okay? hä? aber klar doch mir geht's besser als sie zuvor, Nicky also gut fliegen wir in diese Richtung hä? hab ich den Text jetzt richtig verstanden? Pato, ist ein Diener von diesen Typen da? ok wieso pupst der? Junge mach schon wieder her quench aber es tut mir leid ok, wir sind jetzt in Ines Lobby drin und hier gibt's Schildsoldaten wie ich denn runterge- ich weiß nicht, ob ich runtergehen will ich glaub ich will erstmal hier oben gucken und die Sachen holen ihr könnt ja da unten kämpfen und ich mach hier oben mein Ding ich meine ihr verliert eh keine Dinger hier oben scheint aber nichts zu sein ne hier oben ist nichts ok was ist das denn? hier steht A ach hier nächstes Gebiet ach schön ach das ist echt schön hier ach außer die Gegner die Gegner sind nicht ganz so schön so dann geh ich mal hier auf meine Außen auf meine Außenposition oh Gott kannst du bitte ein bisschen weiter weg gehen? bitte bitte noch ein bisschen weiter weg bisschen weiter weg hab ich gesagt du musst explodieren junger ok 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 und du gehst auch mal bitte weg du du störst mich nämlich hier oh Gott gewaltig ok 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 ich muss hier raus und ausweichen so hier bitte bam oh Gott ausweichen ausweichen gut das haben wir noch geschafft und dich auch noch dich hol ich auf jeden Fall so Wasser? ah ne da ist noch einer irgendwo irgendwo Wasser so er lebt immer noch komm reicht jetzt auch hier danke super gemacht Team aber nicht viel Stop ich kann gar nicht sagen ob hier überhaupt hier irgendwo was ist jetzt was ich hier brauche hier ist Wasser da oben geht's nicht weiter hier unten auch nicht ne also was ich geh mal hier hoch weil der Weg wird hier nicht umsonst sein aber irgendwie war der Weg doch umsonst ok dann gehen wir mal wieder weg ja dann gehen wir mal weiter so sonst eine andere Tür war da glaube ich nicht ok hier sind irgendwo Gegner wieder ich weiß nicht ganz wo aber irgendwo sind hier Gegner Hä aber hier geht's ja auch nicht weiter oder doch hier ne das ist das vorige Gebiet warte achso wir müssen hier hins gehen ok so dann wandern wir mal eben ab dann pflanze ist ganz cool achso ist schon weg ok und hier geht's ins nächste Gebiet oh ich sehe schon hier müsste eigentlich auch ein Kampf sein oder ne doch du bist also gekommen deine Freunde sind da oben wie üblich Strohhut ich sag nur eins du kommst hier nicht durch ah gong gong bam uuuuuh was ein Kampf Leute was ein Kampf du du bist stark geworden ja du auch doch erinnern wir den Rahmen etwas passenderes für eine letzte Begegnung oh äh ok wo ist er denn jetzt wie ach ne was nächstes Gebiet achso nächstes Gebiet gut ich muss nicht selbst klettern es wird Zeit es ein für alle Mal zu entscheiden Strohhut ok ich schieße einfach hier weg ok oh Gott was ist das denn ah 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 ok oh ich schieße einfach hier weg so ich denke damit bin ich gut bedient fernkampf hahaha oh Gott ausweichen ich bin ausgewichen oh oh ausweichen ich bin ausgewichen für paar sehr 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 gut genau da hatte ich jetzt kurz oh ah 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 ich find's lustig wie er so neu der Dichter ok jetzt kommen wahrscheinlich wieder diese Kanonen ich bin bin ich hier an der Seite denn sicher ich glaub schon ich glaub schon ich glaub schon so dann wollen wir weitermachen so ausweichen oh es läuft echt super oh Gott ausweichen ich bin ausgewichen ausweichen das ist ausweichen 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 oh Gott da bin ich hier ausgewiesen tatsächlich ne da hab ich's nicht nicht ganz so gut geschafft. Ausweichen. Aber es läuft! Es läuft ganz gut, tatsächlich. Es ist deutlich leichter, als wenn ich mit Ruffy, glaube ich, kämpfen würde. Ah, Kanonendinger kommen wieder. Bleib mal hier. Ich glaube, hier bin ich relativ safe, weil da geht es irgendwie nicht in die Mitte. Ah, würdest du schon... Oh Gott, ausweichen. Aus... Da konnte ich nicht mehr ausweichen. Ausweichen, ausweichen. Oh Gott. Puh! Oh, ist noch nicht sein letzter Lebensleiste, wie ich sehe. Au, 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 aua. Bam, weg, weg, weglaufen. Ausweichen, ausweichen. Und noch mal ausweichen. Oh Gott, ey. Das ist ein harter Kampf für heute. Harter Kampf. Was macht er wieder das hier? Ich bin einfach da reingelaufen. Übersehen. Oh, ist das schon seine vorletzte Dings? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ach, wir haben ja auch mal eine Special-Attacke. Die habe ich ganz vergessen, Leute. Wirklich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Waffe! Vorsicht! Okay, okay. Was macht er da rum? Das da macht er also. Okay. Oh Gott. Ich habe mich verpflegt. Ich wollte... Nein, ich wollte das hier... Ey. Ich gehe nicht gerade für rechts, ne? So. Perfekt. Jetzt aber. Und nochmal. Sehr gut. Sehr gut. Ist das die Letzte? Weißt du? Ja, ist es. Sehr gut. Sehr gut. Ah, 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 ah. Oh, aua. Aushalten, aushalten. Oh, gut ey. Es ist echt, äh, hart der Kampf tatsächlich. Jetzt kommen wieder die Kanonen. Dann gehe ich mal direkt nach rechts. Oh, der kommt wieder. Oh, aua. Oh, aua. Oh, 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 oh. Ah, 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 ah. Aushalten, aushalten. Oh, au, au, au. Oh Gott. Super. Gut gemacht. Das war jetzt aber auch wieder knapp, ne? Mit guter Stimmung würde ich sagen. Oh. So. Komm. Her. Kleiner. Ausweißen. Ausweißen. Weg. Super. es sieht super aus, also wirklich, der Kampf hat ja hier gelacht, obwohl ich fast schon behaupten ok, 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 sorry, sorry, ausweichen, 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 oh Gott, wir haben ihn, super, die Kräfte, über die ich jetzt verfüge, habe ich von einem bestimmten Mann bekommen, ich konnte weder die Insel verlassen, noch diese Frau zurückbringen, der Mann hält mich hier fest, was kräftest du denn da, und wer ist dieser Mann, also, oh, er ist weg, er ist ein Blatt, ok, ein Blatt ist er gewonnen, was war das denn, wir scheinen auf etwas gestoßen zu sein, immerhin kennen wir jetzt die Quelle dieser merkwürdigen Vorfälle, hm, was denn, ok, Robin haben wir also nicht befreit, so wie es aussieht, oh doch, hey, ich hab sie gefunden, oh, alle direkt, hey, Robin, wach auf, auweia, ach ja, wie wär's damit, vielleicht gefällt dir diese Frisur besser, oh Gott, wie hast du das gemacht, damit wär, ja, alles einfacher, alles klar, Ok, wir haben Episode 3 abgeschlossen, 3500 Dollar haben wir bekommen, sehr gut, sehr gut, und wir haben jetzt hier Sanji, Robin, Book, jetzt haben wir, glaube ich, echt alle, ne, ich glaub schon, To be continued, ja, super, Leute, ich würd sagen, das war's dann mit diesem Part, ich hoffe, es hat euch gefallen, wir sehen uns morgen wieder, ach, ne, über, ach, ich weiß noch nicht, eigentlich gefällt mir das Projekt sehr, sehr gut, ähm, wir sehen mal, ne, wir sehen mal, ich hab ein bisschen auch im Kolosseum gekämpft, fand ich recht cool, weil ich glaube, das ist nämlich keine Story, sondern nur so wirklich Kampfdingswumms, na, bis dann, euer Kamito, haut rein und ciao.